Im Drama «Den Sternen so nah» treffen wir auf einen 16-jährigen Jungen, der nicht auf der Erde lebt. Ich heisse Gardner Elliot. Ich lebe auf dem Mars. Aber jetzt habe ich endlich einen Grund zur Erde zu reisen. Dieser Grund heisst Tulsa und die muss er jetzt finden. Er ist auf der Suche nach einem Mädchen. Au! Du hast auf keine meiner Nachrichten reagiert. Ich hatte doch gesagt, dass ich zu dir unterwegs bin. Sieben Monate lang? Mit Tulsa zusammen gibt es nur noch eines, was zu tun bleibt, nämlich die Erde entdecken. Im Hintergrund lauert jedoch eine Gefahr. Dein Herz hält unsere Atmosphäre nicht aus. Das ist zu riskant. Jetzt beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wird Gardner finden, wonach er sucht? «Den Sternen so nah» ist ein berührendes Drama, welches mit Asa Butterfield, Britt Robertson und Gary Oldman nicht nur hervorragend besetzt ist, sondern den Zuschauern einen wunderschönen Blick auf das irdische Leben bieten wird. Ich hatte solche Angst, nicht zu wissen, wie man ein Mensch ist. Du machst mich zu einem Menschen, Torsa. Ich hatte solche Angst, nicht zu wissen, wie man ein Mensch ist.